Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Deal des Black Friday 2020 und in diesem Video geht es um Ultra High Speed WLAN und zwar meinen WLAN Router, den ich schon seit Jahren im Einsatz habe und von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Es geht um den Netgear Orbi RBK50 im Doppelset, einmal Router und Satellite Repeater. Standardmäßig richtig teuer, kostet über 409 Euro. Heute bekommt ihr das Ganze allerdings 130 Euro günstiger, heißt ihr zahlt nur noch 279 Euro für jeden, der schon immer mal High Speed WLAN zu Hause haben wollte. Extrem interessantes Angebot. Was das Ding alles kann, das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Natürlich habe ich euch den Link zum Deal einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es selbstverständlich auch noch mal alle technischen Details für euch zusammengefasst. Seid hier nur definitiv schnell, denn dieses Angebot ist auch nur heute gültig, richtet sich ebenfalls komplett nach der Auslastung und die ist tatsächlich schon relativ hoch. Deswegen seid schnell, wenn ihr diesen WLAN Router haben wollt. Der Orbi RBK50, eines der sehr, sehr renommiertesten Mesh-Systeme, die es im WLAN-Bereich gibt. Ich persönlich bin mit dem Trieband-System unfassbar zufrieden. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Teile extrem gut langlebig sind. Das heißt, ihr habt hier keine Probleme, dass sie irgendwann heiß laufen, von der Leistung irgendwas nachlässt oder sonstiges, sondern die Verarbeitung ist einfach optimal gelungen. Und zum anderen sind es einfach Plug-and-Play-Systeme, die ihr sehr, sehr, sehr schnell zu Hause wirklich einbinden könnt. Was ich persönlich zu schätzen gelernt habe, ist dann auch die App-Konfiguration. Das heißt, ihr könnt komplett eure Router einmal über App- oder Webinterface steuern. Ähnlich wie bei Fritzboxen etc. lässt sich das hier top konfigurieren. Ihr könnt Gäste-WLANs freigeben, IP-Adressen verwalten, ähnliches. Und selbstverständlich könnt ihr dann auch die Satellites miteinander verknüpfen. Orbi hat sich hier zum Ziel gemacht, dass man mit den Satellites extrem hochgradig schnelles Internet immer weiterleiten kann. Und das bis zu 3000 Mbits pro Sekunde. Und das funktioniert tatsächlich extrem gut. Man muss allerdings sagen, die Satellite Repeater sind hier mit einer Reichweite bis zu 350 Quadratmeter Abdeckung abgesehen. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von eurer Raumstruktur ab. Ich persönlich kann nur sagen, mir reichen zwei Stück. Einmal die Basisstation und einmal der Satellite Repeater. Ihr könnt selbstverständlich, wenn ihr ein großes Haus habt oder ähnliches, immer weiter das Ganze natürlich erweitern und ergänzen. Hier einfach Satellites nachkaufen, gar kein Problem. Sind auch derzeit übrigens im Deal. Dann könnt ihr das Ganze auf jeder Etage platzieren und habt wirklich Highspeed-WLAN dementsprechend in jedem Raum. Was ich besonders auch faszinierend finde hier, ist tatsächlich, dass die Dinger äußerst störungsunanfällig sind. Hatte ich bei anderen Routern öfter, dass die abgestürzt sind oder ähnliches. Hier tatsächlich überhaupt nicht. Das Triebandsystem funktioniert zuverlässig und ist selbstverständlich sehr, sehr gut. Auch im Langzeittest hier bei mir. Sonst hätte ich es nicht mehr im Einsatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt wirklich ein super Deal für jeden, der sich schon immer mal ein hochwertiges Mesh-System zulegen wollte. Tatsächlich heute 130 Euro günstiger. Von daher guckt euch auf jeden Fall den Deal an. Sehr, sehr interessant. Auch andere Mesh-Systeme sind tatsächlich heute im Angebot. Auch da ist sicherlich sonst etwas für euch dabei. Link, wie gesagt, zum Deal ist einmal in der Infobox. Wenn ihr Fragen zum Orbi-System habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten, dass ihr natürlich noch rechtzeitig heute diesen Deal wahrnehmen könnt. Bis dahin freue ich mich über jedes Abo hier auf YouTube, über jeden Like und über jeden Kommentar. Macht's gut, Leute. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und bleibt bis dahin selbstverständlich auch smart. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.